Der Predetext finden wir bei Philippa, Kapitel 4, die Verse 7 bis 9. Das ist noch nicht der Schluss des Gottesdienstes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar und was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es ein Enttugel, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns noch einmal beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr. Mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, manche Begriffe wirken, ja, sie wirken wie Marshmallows. Ja, sie kennen diese süßen Teile. Also sie schmecken süß, sie fühlen sich weich an, sie zergehen auf der Zunge, aber sie haben keine Kraft, keinen Biss und keinen Nährwert. Also es steht hier auch auf dieser Tüte, Barbecue Marshmallows, süß und schaumig. Süß und schaumig, also können dann später die Kindergottesdienstleute vielleicht noch vertilgen. Aber diese Marshmallows, Worte wie Marshmallows sind nicht wirkungslos. Oft erweisen sie sich als nützliche Lockmittel, um Menschen anzuziehen, ihre Zustimmung zu erschleichen, ihr Gewissen zu benebeln oder gar ihren Widerstand im Keim zu ersticken. Worte wirken wie Marshmallows mitunter. Also wer wagt es schon, etwa Solidarität oder das Wort Einsatz für Frieden oder Selbstbestimmung, Toleranz, Vernunft zu hinterfragen? So schwammig diese Begriffe oft auch verwendet werden sind, so knallhart dienen sie oft zu den Zielen, mit denen bestimmte Leute sie instrumentalisieren. Einige dieser Begriffe finden sich sogar in der Bibel, wie in unserem heutigen Predigtext. Da kommt das Wort Frieden zweimal vor, das legt sich wie eine Klammer um diesen Text und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euer Herzen und Sinne und dann am Ende, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Außerdem verschiedene Wörter für Denken und Vernunft und wir werden gleich sehen, dass Paulus sie nun wahrlich nicht wie Marshmallows benutzt, sondern damit an ganz heiße Eisen rührt. In unserem Philippabrief befinden wir uns ja inzwischen im letzten Kapitel. Viertes Kapitel. Paulus führt so allmählich die Fäden der vorherigen Zusammenhänge wirklich zueinander. Er bündelt den praktischen Ertrag für unser Leben. Letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, wie wir unabhängiger von den Umständen werden sollen, die uns beherrschen. Freudenglanz im Alltagsgrau war das Thema und wir haben gesehen, dass Paulus uns ermutigt, freut euch in dem Herrn alle Wege. Das heißt, unsere Freude hängt nicht an den Umständen, sondern wir sind eingeladen, sie in Christus zu suchen und in ihm eine Sicherheit zu finden, die uns keine Umstände jemals bieten können. Und heute nun geht Paulus einen Schritt weiter und zeigt uns, wie wir als Christen denken sollen. Wie entscheidend der Umgang mit unserem Verstand ist. Wie gefährdet unser Denken auch ist. Wie angegriffen. Und wir müssen uns immer wieder fragen, ja, wovon ist unser Denken eigentlich bestimmt? Wie sorgen Sie für die Hygiene Ihres Denkens? Überprüfen Sie das? Woran überprüfen Sie, ob es richtig ist, was Sie denken und wie Sie denken? Wenn Jesus den Jüngern ankündigt, dass der Satan sie durchschütteln wird wie den Weizen, er wird sie durcheinander wirbeln, Lukas 22, Vers 31, dann gilt das an vorderer Stelle auch für unser Denken und für unser Urteilsvermögen. Genau in dieser Linie erklärt Paulus ja im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, 4, warum nicht Christen noch keinen Zugang zum Evangelium finden. Er sagt, der Teufel hat ihnen die Gedanken vernebelt. Sie haben da einfach eine Blockade. Sie können es nicht fassen, sie können es sich nicht vorstellen. Der Teufel hat die Gedanken vernebelt. Da steht übrigens dasselbe Wort wie hier in Philippa 4, Vers 7, wo Paulus sagt, der Friede Gottes bewahre eure Herzen und Gedanken. Luther übersetzt und Sinne. Da steht wörtlich Gedanken, Noemata. Das ist also der Ansatzpunkt, die Gedanken. Wörtlich könnte man diesen Begriff übersetzen mit Gedankengänge, Gedankengänge, also das Denken in Aktion. Paulus sagt, der Teufel beeinflusst eure Denkwege, eure Pläne, eure Konzepte, eure praktische Urteilsbildung, wie ihr zu euren Meinungen und Überzeugungen gelangt. Und deshalb ist die Verheißung, die Paulus uns hier gibt, so kostbar. Wenn er sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und euer Denken in Christus Jesus, also durch die Verbindung mit Christus Jesus. Wie wunderabel, wie angreifbar unser menschliches Denken insgesamt ist, auch wie schutzbedürftig, das kann man immer besonders deutlich in totalitären Zusammenhängen erkennen. Das gilt natürlich auch sonst, aber da sieht man es besonders deutlich. Und kaum einer hat das wohl so messerscharf herausgearbeitet, wie George Orwell in seiner Horror-Zukunftsvision, in seiner Dystopie 1984. Der große Bruder, der Big Brother, der beschränkt sich ja nicht darauf, die Menschen durch Gewalt zu bestimmten Handlungen zu zwingen, sondern Big Brother setzt alles daran, ihr Denken so umzudrehen, dass sie ihre Unterdrückung gern annehmen und dass sie ihre Unterdrückung für die wahre Freiheit halten. Freiheit ist Sklaverei. Das ist die Parole. Sodass die Menschen dann am Ende von Einschränkungen, von Verboten, von Lockdowns, von Zwangsmaßnahmen gar nicht genug bekommen können. Dass sie das geradezu fordern, dass sie ihre Versklavung wollen, bis hin zur Veränderung ihrer genetischen Disposition, dass sie das wollen. Und das Mittel dieser Umpolung, dieser Gehirnwäsche, wenn man es einfach ausdrücken will, das Mittel ist die Sprache. Bei Orwell heißt das Neusprech. Also die Sprache, die dazu benutzt wird, die Lüge zur Wahrheit umzudeuten. Sodass der Mensch, was er früher zu Recht für Lüge hielt, irgendwann voller Überzeugung als Wahrheit bekennt und mit Zähnen und Klauen verteidigt. Und alle diejenigen am liebsten noch denunziert, die das nicht genauso sagen wie er selbst. Diese totale Umkehrung. Davor hatte ja schon der Prophet Jesaja gewarnt. In Jesaja 5, Vers 20, wo er warnte, weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen. Die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Das ist Orbel. Und Orbel zeigt das sehr eindrücklich in einem Verhör, das er dort schildert, das an die Stasi erinnert. Da fordert der Folterknecht O'Brien von Winston, Winston ist ja Orbels Held, der sich bis zuletzt wehrt und sträubt und am Ende dann doch kapitulieren muss. Also der Folterknecht O'Brien fordert von Winston, in den gezeigten vier Fingern fünf Finger zu sehen. Weil die Partei die Macht hat, die Wahrheit zu setzen. Zwei mal zwei ist fünf. Und dem O'Brien genügt kein Lippenbekenntnis. Der kann ja die Gedanken lesen von dem Winston. Dem genügt nicht, dass Winston sagt, ja, zwei mal zwei ist fünf, um seine Ruhe zu haben. Das reicht ihm nicht. Sondern er muss ihn dahin bekommen, dass er am Ende wirklich denkt, zwei mal zwei ist fünf. Er muss es aus Überzeugung sprechen. So lange wird er gefoltert. Und Orbels Held, Winston hat sich lange gewehrt. Aber irgendwann konnte er dem Druck der Überwachung, dem Druck der Propaganda, dem Druck der Folter nicht mehr widerstehen. Und dann lässt Orbel ihn sagen, den Winston, er wusste jetzt, dass die Gedankenpolizei in sieben Jahren durch beobachtet hat, wie ein Käfer unter der Lupe. Er konnte nicht länger gegen die Partei ankämpfen. Außerdem war die Partei im Recht. Sie musste es sein. Wie sollte sich der unsterbliche Kollektivgeist irren können? Es ging einzig darum, so denken zu lernen, wie sie dachten. Der Griffel in seinen Fingern wirkte dick und sperrig. Er begann aufzuschreiben, was ihm an Gedanken durch den Kopf ging. Zunächst schrieb er in klobigen Großbuchstaben, Freiheit ist Sklaverei. Und dann schrieb er fast ohne innezuhalten darunter, zwei und zwei ist fünf. Er stimmte jetzt allem zu. Du musst es nur aufgeben. Dann ergab sich alles Weitere von selbst. Die sogenannten Naturgesetze waren Unsinn. Das Gravitationsgesetz war Unsinn. Dahin, will Big Brother ihn haben. Wie dringend brauchen wir die Bewahrung unseres Denkens? Und wie kostbar ist diese Verheißung? Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, eure Herzen und unser Denken. Nun, unsere Regierung hat jetzt den Entwurf für ein Gesetz beschlossen. Es ist noch nicht durchs Parlament gegangen. Aber die Regierung hat es immerhin beschlossen jetzt, das von der Bevölkerung fordert, eine offenkundige biologische Lüge als Wahrheit zu bekennen. Dass jeder Mensch nämlich ab 14 Jahren sich durch eine Erklärung von dem Standesamt zum entgegengesetzten Geschlecht selbst erklären kann. Das ist ja nur der erste Schritt. Alle anderen will die Regierung dazu verpflichten, bei Androhung von Strafe diese Behauptung wieder besseres Wissen nachzusprechen. Die Publizistin Birgit Keller hat diesen Dammbruch benannt, der sich hier vollzieht. Und wir müssen diesen Dammbruch als Dammbruch erkennen, schon um die Integrität unseres Denkens zu wahren. Keller schreibt, dieses Gesetz ist eine Machtdemonstration und der größte Angriff auf die Wahrheit, den sich eine deutsche Bundesregierung je getraut hat. Wir werden euch zwingen, eine neue Realität, also das, was die Regierung dazu erklärt, eine neue Realität bedingungslos anzunehmen und euch unter diese Lüge zu beugen, schreit das Gesetz. Stilldulden wird nicht reichen. Ihr werdet die Lüge mit den passenden Personalpronomen aussprechen müssen, um euch nicht verdächtig zu machen. Sonst werden wir euch juristisch holen. Zitat Ende. Und auch Birgit Keller verweist auf die Nähe zu Orwells Neusprech. Sie sagt, Orwell beschreibt das Eingeständnis in die Lüge als das finale, also als das endgültige Zerbrechen des Menschen an der Gewalt des Staates und lässt seinen Helden Winston fünf Finger statt vier Finger sehen. Das Eingeständnis in die Lüge als das finale Zerbrechen des Menschen an der Gewalt des Staates. Und schauen Sie, das ist der Unterschied zwischen einer Diktatur, wie sie etwa in der DDR herrschte, und totalitären Strukturen. In der DDR-Diktatur, und ich war zu der Zeit, als die DDR noch existierte, oft dort, in der DDR-Diktatur führten viele Menschen ein Doppelleben. Öffentlich unterwarfen sie sich der Wahrheit der Partei. Da sagten sie, zwei plus zwei ist fünf. Aber im Privatleben machten sie Witze darüber. Und sie wussten in jeder Sekunde, zwei plus zwei ist vier. Also sie merkten ja, dass die Rechnungen der Funktionäre nicht aufgingen, dass es nicht mal für Toilettenpapier und Bananen reichte mit den Rechnungen. Also es war ein Doppelleben. Öffentlich sagten sie, ja, ja, zwei plus zwei ist fünf, aber sie wussten, zwei plus zwei ist vier. Der Totalitarismus ist anders. Der Totalitarismus dringt ins Innenleben der Menschen ein. In ihre Denkbewegungen, in ihre Gefühle, bis sie das letztlich wirklich glauben und mit Überzeugung aussprechen. Ja, zwei plus zwei ist fünf. Und deshalb ist der Totalitarismus ein besonders deutliches Beispiel, ein besonders deutliches Symptom für die Verletzlichkeit unseres Denkens. Der Teufel hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen, sagt Jesus. Eure Sinne zu verblenden, sagt Paulus. Aber Jesus hat seinen Jüngern, also uns, eine besondere Hilfe zugesagt. Wie wir in solchen Situationen bestehen, wie wir uns wehren. Das ist interessant. An George Orwell sehen wir, Hannah Arendt ist ein weiteres Beispiel, die das auch ja sehr klar durchschaut hat, sehen wir, dass auch Nicht-Christen viele Zusammenhänge erstaunlich klar durchschauen können. Das nennen wir in der Theologie die allgemeine Gnade. So auch Menschen, die nicht persönlich an Gott glauben, gute Ärzte sein können, gute Komponisten, gute Ingenieure, weil auch sie das Ebenbild Gottes tragen, weil auch sie seinen Fingerabdruck haben, weil auch sie seine Geschöpfe sind. Der entscheidende Unterschied zwischen Christen und Nicht-Christen in ihrem Denken liegt zunächst darin, dass nur Christen erkennen oder Menschen, die auf dem Weg zum Christ werden sind, dass sie Frieden mit Gott brauchen. Dass nur solche Menschen erkennen, das wichtigste Verhältnis in meinem Leben, das ich klären muss, ist das Verhältnis zu Gott. Und dass nur Leute, die Christen werden, erkennen, dass allein Jesus uns diesen Frieden geben kann. Dass kein moralisches Leben, dass keine guten Taten, dass keine menschliche Anständigkeit ausreicht, um vor diesem Heiligen Gott zu bestehen, sondern alleine, dass Jesus Christus die Strafe, die wir verdient gehabt hätten für unsere Gottlosigkeit, am Kreuz getragen hat. Das verstehen wir erst, als wenn wir Christen werden. Und daraus gewinnen Christen dann, wenn sie diese Verbindung zu Jesus bekommen haben, eine doppelte Denkhilfe, um diese Welt besser zu durchschauen als vorher. Wir bekommen den Heiligen Geist. Also Jesus sagt, dass er durch seinen Heiligen Geist, die dritte Person der Trinität, der Dreieinigkeit bei uns ist. Dass er wirklich uns hilft, zu glauben, zu verstehen. Und wir bekommen, als Menschen, die zu Jesus gehören, ein Vertrauensverhältnis zu Gottes Wort. Wir finden Zugang zu dieser Quelle. Wir können glauben und auch nachvollziehen, dass es wirklich Gottes Wort ist, aus dem wir die wichtigsten Informationen bekommen. Und deshalb sollte man von uns Christen erwarten, dass wir diese Welt gründlich beobachten und dass wir sie im Licht von Gottes Wort immer besser durchschauen und immer besser verstehen. Und das will der Titel zu dieser Predigt sagen, wer glaubt, weiß mehr. Wer glaubt, weiß mehr. Und dazu will uns Paulus Mut machen. Dazu will er uns einen Weg zeigen. Und er beginnt mit dem großen Vorrecht, hier unsere Passage, unseren Text, mit dem Vorrecht, dass nur den Christen geschenkt ist, auf das wir uns überhaupt nichts einbilden dürfen, weil es uns von Gott geschenkt ist. Da haben wir nichts dazu beigetragen. Das ist Gottes Gnade, wie Paulus schon im ersten Kapitel sagt. Gnade und Friede. Das ist die Voraussetzung für alles. Der Friede Gottes. Vers 7. Vers 7. Und dann schreibt Paulus zunächst mal nicht, wie wir diesen Frieden bekommen haben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Sondern das kann er hier voraussetzen. Wie ein Mensch diesen Frieden Gottes bekommt, das hat Paulus etwa im Römerbrief ganz ausführlich erklärt. Die berühmteste Stelle ist wahrscheinlich Römer 5, Vers 1. Da sagt Paulus, wir, wir Christen sind gerecht geworden durch den Glauben. Das heißt, wir haben Vergebung unserer Schuld bekommen. Gott verurteilt uns nicht, wie wir es aufgrund unserer moralischen Qualität verdient hätten, sondern er hat uns angenommen als seine Kinder. Er hat uns freigesprochen von der ewigen Verdammnis. Er hat uns garantiert, dass wir zu ihm gehören dürfen in alle Ewigkeit. Und das heißt, gerecht geworden. Gott hat uns angenommen durch den Glauben an Jesus. Und dann geht der Satz weiter. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Das ist hier gemeint. Frieden mit Gott, dass Gott uns nicht verurteilt. Vorher waren wir Gottes Feinde durch unsere Schuld. Das war uns meistens nicht bewusst, aber es war eine Tatsache. Aber dann hat Gott eingegriffen durch Jesus. Er hat seinen Sohn geschickt, um die Strafe zu sühnen. Und Jesus hat sein vollkommenes, heiliges Leben als Sohn Gottes gegeben und alle von uns verdiente Strafe auf sich gezogen. Und deswegen schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 14, er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Er ist unsere Zuflucht. Bei ihm sind wir sicher. Und dadurch ist jetzt in Geltung, was Gott schon durch den Propheten Jesaja angekündigt hatte. Das passt alles zusammen wie ein Mosaik. Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dadurch, dass er sich für uns hat zerschlagen lassen am Kreuz, gibt es für uns die Chance, mit Gott versöhnt zu werden, nicht mehr als Schuldige vor ihm zu stehen, weil das, was Jesus dort für uns getan hat, für den gilt, der an ihn glaubt. Und jetzt haben wir Frieden mit Gott. Im Alten Testament steht da ein ganz berühmtes Wort, Shalom. Shalom heißt, Gott macht alles gut mit uns. Er holt uns zu sich, er schenkt uns neues Leben, er führt uns durch alle Not und alles Sterben und alles Leiden in dieser Welt hindurch. Er lässt uns nicht los und er bringt uns sicher an sein Ziel. Und dieser Frieden, den Gott uns in Ewigkeit vollkommen schenken will, der ist jetzt schon da. Von dem können wir jetzt schon zehren. Den dürfen wir jetzt schon gewissermaßen genießen. In dessen Schutz dürfen wir jetzt schon leben und denken. Und Jesus hat gesagt, den Frieden lasse ich euch zu seinen Jüngern. Meinen Frieden gebe ich euch. Jetzt schon. Kurz vor der Kreuzigung hat er es gesagt, als es eng wurde, als er wusste, sie würden Verfolgung erleiden, sie würden in ganz schöne Bedrängnis kommen. Er hat gesagt, dem Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Das ist die Realität der Christen. Und das ist auch der Sinn, warum wir unseren Gottesdienst immer mit dem Zuspruch des Friedens beenden. Wenn wir sagen, er führe dich unter dem Schutz seines Friedens. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf sich und schenke dir seinen Frieden. Das ist keine religiöse Lyrik. Das ist keine unbestimmte Hoffnung, sondern das ist ein absolut verlässlicher Zuspruch. Er wird dich durch diese neue Woche unter dem Schutzzelt seines Schaloms hindurch bringen. So, und dieser Friede, den Gott seinen Kindern schenkt, dass wir zu ihm gehören dürfen, dass wir geborgen sind unter seinem Schutz, der wird für den Christen wie eine Schutzburg und das meint Paulus hier, wenn er über unser Denken spricht und das ist der erste Punkt, die Bewahrung des Denkens. Das bekommen wir, die Bewahrung des Denkens. Das ist unser erster Punkt, der Friede Gottes, der höre ist an alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also Gottes Friede sichert unser Denken, Gottes Friede beschützt unser Denken und sie müssen sich das ganz bildlich vorstellen, so wie eine Garnison, wie ein Trupp von Soldaten eine Festung beschützt. So ist das hier gemeint. Also dieses Verb, was Paulus hier verwendet, der Friede Gottes, da steht eigentlich Futur, das ist nicht ein Wunsch, das ist eine Tatsache. Der Friede Gottes wird euch bewahren. Und dieses Wort ist ein militärischer Begriff. Bewahren, beschützen. Also diese Vorstellung, eine Truppe von Soldaten, eine Garnison, beschützt eine Festung, beschützt eine Burg. Und das konnten sie sich in Philippi natürlich gut vorstellen, weil diese Stadt auch von einer römischen Garnison beschützt wurde. Und diese Schutzwirkung, sagt Paulus, wird der Friede Gottes für unser Denken bewirken. Und das macht unser Denken nicht überflüssig, sondern robust. Und zugleich betont Paulus die Kompetenz von Gottes Frieden, der unserem menschlichen Denken haushoch überlegen ist. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der alle menschliche Vernunft überragt. Das heißt, Gottes Friede ist größer und schöner, als unser Verstand sich jemals vorstellen kann. Aber Gottes Friede ist auch wirksamer und leistungsfähiger als unser Verstand jemals sein könnte. Souveräner als unser Verstand jemals sein könnte. Und das ist auch logisch. Unser Verstand ist eine Schöpfungsgabe. Eine gute Schöpfungsgabe. Aber unser Verstand ist endlich. Unser Verstand ist begrenzt auf das Diesseits. Wir verstehen vieles auch nicht. Wir durchschauen vieles nicht. So. Und Gottes Friede ist höher. Gottes Friede ist göttlich. Gottes Friede ist übernatürlich. Und das heißt nun für unser Denken, dort, wo wir mit unserer Vernunft straucheln, dürfen wir uns trotzdem in Gottes Frieden flüchten. Dort, wo wir mit unserem Latein am Ende sind, da ist Gott noch längst nicht am Ende. Und dadurch schafft Gottes Frieden, und das ist das Geheimnis, einen Schutzraum. Gottes Frieden, Gottes Vergebung, Gottes Geborgenheit schafft einen Schutzraum, innerhalb dessen, wir erst recht getrost denken können und denken sollen. Psalm 139 ist mir bei dieser Predigtvorbereitung zum ersten Mal aufgefallen. Psalm 139 beschreibt ja einen verwegenen Denkakt. Wenn Sie Psalm 139 einmal unter diesem Gesichtspunkt lesen, werden Sie das merken. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Du kennst alle meine Gedanken. Du kennst alle meine Wege. Und dann heißt es in Vers 1539 von allen Seiten und gibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nie begreifen. Ich kann das nicht ausloten. Und dann geht es weiter. Wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht? Wohin soll ich fliehen vor deinem Blick? Und schließlich sagte dann, dass Gott uns schon gesehen hat, gewissermaßen im embryonalen Zustand. Und dann Vers 17, aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Und wie ist ihre Summe so groß? Wie wollte ich sie zählen? So wären sie mehr als der Sand. Und ich durchschaue es nicht ganz. Es ist ein verwegener Denkversuch. Und das Ganze kommt dann wo zur Ruhe in Vers 18, wo er dann aber sagt, am Ende bin ich noch immer bei dir. Da kommt er zur Ruhe. Die ganzen verwirrenden und dramatischen Denkwege sind spannend, aber können uns letztlich nicht halten. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Du hältst mich fest. Du hältst mich fest, auch in meinen Denkwegen. Du hältst mich fest, mitten in meinen sich überschlagenden Gedanken und Fragen. Du hältst mich fest. Und deswegen sagt der Apostel am Ende unseres Textes auch, wenn du so lebst, wenn du zu Christus gehörst, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Er wird da sein. Und wissen Sie, diese Geborgenheit und diese Gewissheit christlicher Denker war ein wichtiger Motor für das Aufblühen der Naturwissenschaften. Das geben auch säkulare Wissenschaftshistoriker zu. Also man kann ganz plausibel zeigen, dass die Reformation mit ihrem Hinweis auf den persönlichen Gott, auf den persönlichen Gott, der sich in der Bibel verlässlich zeigt, dass diese Reformation ausgesprochen wissenschaftsfördernd wirkte. Das war nicht der einzige Faktor in jener geschichtlichen Phase, aber ein wichtiger. Weil man sagte, wenn die Welt von einem persönlichen, vernünftigen Gott erschaffen wurde, dann können wir damit rechnen, dass sich mit den Mitteln des Denkens auch wahre Erkenntnisse über Natur und Universum gewinnen lassen. Nicht umfassende Erkenntnisse. Es bleibt immer so vieles, was den Rahmen unserer Denkmöglichkeiten sprengt, aber wahre Erkenntnisse, richtige Erkenntnisse, ein vernünftiger Gott, der die Welt geschaffen hat, gibt uns etwas zu erforschen. Und das gab einen enormen Push und Schub für das Aufblühen der Naturwissenschaften. Aber zugleich erweist sich unser Denken als sehr schutzbedürftig. Es ist umkämpft und darum muss Gottes Friede unser Denken bewahren. Also nochmal, unser Denken wie ein Schloss, von Feinden belagert, von Feinden beschossen, um diese Burg unseres Denkens einzunehmen und anderen Herren gefügig zu machen. Ideologen beschießen unser Denken, Weltanschauungen versuchen unser Denken einzunehmen. 1984, der Versuch, das Denken in den Dienst des Big Brother zu stellen. Und deswegen müssen wir immer wissen, dass unser Denken kein neutrales Instrument ist, das auf Knopfdruck technisch funktioniert. Das weiß auch die Neurophysiologie schon längst. Sondern unser Denken ist eine komplexe, eine sensible Schöpfungsgabe, mit der wir verantwortlich umgehen müssen. Und genau diese Komplexität beschreibt Paulus dann im letzten Teil vom Vers 7. Da sagt er, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Eure Herzen und Gedanken. Das Herz beschreibt hier unsere Persönlichkeit, unser Wille, unsere Gefühle, unser Denken, die Quelle dessen, was wir sind. Und die Gedanken sind dann gewissermaßen die Früchte, die aus dieser Quelle kommen. Der Output, wenn Sie so wollen. Der Output aus dem Herzen, die einzelnen Denkvollzüge. Unsere Denkfiguren, wie wir sagen, unsere Überzeugung, unsere Pläne, die Lehren und Thesen, die wir vertreten, die Prioritäten, die wir dann daraus folgern, das sind die Gedanken, die aus diesem Herzen kommen. Ja, und genauso wie die anderen Schöpfungsgaben auch, unser Denken ist großartig, aber auch schwer angeschlagen durch den Sündenfall. Auch das macht die Bibel deutlich. Der Sündenfall hat den ganzen Menschen erfasst, als er gegen Gott rebellierte. Es ist alles irgendwo zerbrochen. Es ist noch erkennbar, als Gottes Schöpfungsgabe. So wie auch sie an dem durch Bomben zerstörten Dom noch erkennen konnten, was das mal für ein großartiger Dom gewesen war. Aber angeschlagen durch den Sündenfall. Unser Denken ist nicht neutral. Unser Denken ist manipulierbar. Unser Denken ist manchmal sehr unpräzise. Unser Denken kann sehr eitel werden, aber trotzdem immer noch Schöpfungsgabe. Und darum können auch Menschen, die noch keine Christen sind, sehr viele schlaue, gute Gedanken denken. Aber sie bleiben an der entscheidenden Stelle blind, nämlich für die Realität ihres Verhältnisses vor Gott, dass sie Vergebung brauchen. Und als wir Christen wurden, diejenigen von uns, die Christen wurden, da erkannten wir plötzlich unser Leben im Licht Gottes. Da begriffen wir plötzlich, wenn Gott ernst macht, dann habe ich keine Chance. Ich brauche Jesus. Da erkannten wir, wie viel wir ihm schuldig geblieben waren. Und dann durften wir Christen werden, wenn wir Christen wurden. Und im Zuge der Heiligung, also des Lebens mit Gott, lernen wir dann, in der Nachfolge Jesu zu denken. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer christlichen Existenz, dass wir denken lernen an der Hand Gottes. C.S. Lewis, der große Literat, hat es so ausgedrückt. Er sagt einmal, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Und damit wollte C.S. Lewis sagen, ich kann durch Christus alles andere plötzlich sehen und verstehen in einer Weise, wie mir das vorher nie möglich war. Die Wahrheit, die Gott mir erschlossen hat, als er mich zu seinem Kind macht, als er mir seinen Frieden schenkte, die wirkt wie eine Brille, durch die ich alles klarer sehe. Und mit der Bibel erschließt sich mir jetzt eine ganz neue Informationsquelle. Ich lese sie nicht mehr nur wie ein antikes Dokument, in dem alle möglichen Menschen ihre religiösen Empfindungen aufgeschrieben haben, sondern ich kann verstehen, Gott hat dieses Dokument gebraucht, um daraus sein Wort zu machen und zu mir zu reden und mich zu informieren. Und deshalb hat Erich Kästner recht mit seinem Gedicht. Auch wenn Kästner das ironisch gemeint hat, aber er hat recht. Wir, und damit meint er die Heiden, wir haben es schwer, denn wir wissen nur ungefähr, woher, jedoch die Frommen wissen gar, wohin wir kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Also der Titel unserer heutigen Predigt stammt von Erich Kästner. Wir, wir Heiden, haben es schwer, denn wir wissen nur ungefähr, woher, jedoch die Frommen wissen gar, wohin wir kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Und wir wissen mehr nicht, weil wir eine bessere Intelligenz haben, sondern eine bessere Quellenlage. Ja, wir können der entscheidenden Quelle wirklich vertrauen und sie besser verstehen und sie studieren. Und trotzdem, trotzdem bleiben wir ein Leben lang darauf angewiesen, dass Jesus, dass sein Friede uns in unserem Denken bewahrt. Und ich sage ganz ehrlich, das ist mein häufiges Gebet, wenn ich mich mit bestimmten Themen auseinandersetze, Herr, bewahre mein Denken. Hilf mir, diesen Zusammenhang zu durchschauen. Hilf mir, die These dieses Buches sachgerecht zu evaluieren. Lass mich erkennen, was daran stimmt und was nicht. Lenke mich in meinem Denken und wir müssen in unserem Denken bewahrt werden, sowohl intellektuell als auch moralisch. Also, dass wir klug denken, aber dass wir auch verantwortlich denken. Der Herr muss uns festhalten und auf diesem Ton endet ja auch Psalm 139. Das ist doch kein Zufall, dass David dann am Ende sagt, erforsche mich, Gott. Also durchschaue mich und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Erkenne, wie ich denke. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Erforsche mich. Du schaust mich ja sowieso und halt mich fest und schenke mir ein sauberes, gehorsames, sachgerechtes, dich ehrendes Denken. Martin Luther. Martin Luther hat sicherlich zu den großen Intellektuellen seiner Zeit gehört. Aber Luther war sehr klar geworden, wie sehr er darauf angewiesen ist, dass Jesus ihn in seinem Denken festhält. Er war ja ständig in denkerischen und auch philosophischen Auseinandersetzungen. Und dass Jesus ihn in die richtigen Gleise lenkt. Und Luther wusste, das gilt auch besonders in der Auseinandersetzung mit Philosophien, mit Weltanschauungen, mit ideologischen Konzepten. Und in der Heidelberger Disputation hat Luther dazu einen ganz überraschenden Vergleich angestellt. Ganz kurz nur. Er schreibt, wer ohne Gefahr in Aristoteles Philosophie treiben will, der muss erst in Christus töricht werden. Und damit wollte er sagen, der muss erst lernen, dass er Christus braucht, dass er sich bedingungslos an Christus bindet. Und das können wir so auf uns übertragen. Wer ohne Gefahr in Aristoteles Philosophie treiben will, wer ohne Gefahr Kant, Hegel und Heidegger studieren will, der muss erst in Christus töricht werden. Der muss sich fest an ihn binden. Und dann fügt Luther einen ganz überraschenden Gedanken noch hinterher. Er sagt, so wie nur der Verheiratete die Begierde recht gebraucht, so philosophiert nur der Tor richtig. Das heißt, der Christ. So genial kann das nur Luther schreiben. Ja, so wie nur der Verheiratete die Begierde recht gebraucht, so philosophiert nur der Tor richtig. Das heißt, der Christ. Das heißt, Luther sagt, wenn unser Denken gelingen soll, wenn unser Denken gut werden soll, wenn unser Denken richtig werden soll, wenn unser Denken dienlich sein soll, dann bedarf es genauso des Schutzes wie unsere Sexualität. Beides muss geschützt, beides muss eingehegt werden. Und wie die Sexualität sich letztlich nur in der Ehe bestimmungsgemäß entfalten kann, so kann das Denken letztlich nur auf rechten Bahnen verlaufen in der Bindung an Christus. Andernfalls ist beides, Sexualität wie Denken, stark gefährdet. Und deshalb brauchen wir für unser Denken diesen Schutz des Friedens Gottes. Das ist der erste Gedanke. Und der war besonders lang, aber der Sachverhalt ist auch sehr wichtig und sehr grundlegend. Also die Bewahrung unseres Denkens. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. So, und aus dieser Zusage, jetzt kommt das Zweite, aus dieser Zusage entwickelt Paulus dann einen wichtigen Auftrag. Und jetzt kommt ein neuer Gedanke, deswegen sagt Paulus, weiter, liebe Brüder. Also jetzt der nächste Gedanke. Und wir wissen wie immer, die Brüder, das ist ein Maskulinum, das auch die Frauen mit umfasst, generisches Maskulinum. Und dann sagt er Folgendes. Was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Jetzt geht es also um die Betätigung des Denkens. Das ist unser zweiter Punkt. Die Betätigung des Denkens. Das einzige Verb, das diesen Vers bestimmt, steht im Griechischen ganz am Schluss. Es ist ein Imperativ, ein Befehl, Logiziste und dieser Befehl lautet, denkt. Betätigung des Denkens, denkt. Geht fleißig und sorgfältig mit den Gehirnzellen um, die euch der Schöpfer geschenkt hat. Und ganz wichtig, dieser Aufruf zur Betätigung des Denkens, der richtet sich nicht an ein paar Musterschüler, nicht an ein paar Intellektuelle dort in Korinth, sondern er richtet sich an die ganze Gemeinde. Er gilt für jeden Christen. Denkt. Und dieser Begriff kommt vor allem bei Paulus vor, 35 Mal etwa im Neuen Testament. Und ein Wörterbuch sagt, bei Logizumai liegt der Tenor auf der Wertung und vergleichenden Berechnung. Auf der Wertung und vergleichenden Berechnung. Sie können dieses Wort, was da steht, sogar übersetzen, das wird unsere Mathelehrer freuen, mit rechnen. Mit rechnen. Sie können das übersetzen mit bedenken, bewerten, taxieren, erwägen, gewichten, reflektieren, evaluieren, denkt, bewertet, ordnet es ein. Und wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass sowohl bei der evangelistischen Verkündigung die Argumentation eine starke Rolle spielt, wenn die Christen andere zum Glauben eingeladen haben aus ihrem Umfeld, dann sind sie vor allem den Weg der Argumentation gegangen. Sie haben gesagt, unser Glaube ist evidenzbasiert. Guckt euch die historischen Fakten an und dann zieht die richtigen Schlüsse daraus. Und als wenn die Menschen dann zum Glauben kamen, dann wurden sie auch wieder intellektuell gefördert, wenn ich das so sagen darf. Und zwar völlig unabhängig davon, was für einen Beruf sie machten, völlig unabhängig davon, was für eine Bildung, in Anführungsstrichen geschrieben, sie bekommen hatten. Das galt für alle. Wenn Menschen gefördert wurden, im Glauben und im Leben zu wachsen als Christen in der Gemeinde, dann bedeutet das nicht nur, aber auch, dann bedeutete das immer auch, sie geistig zu fördern, sie denken zu lehren auf der Basis des Wortes Gottes. Und natürlich ist es für unser ganzes denkerisches Weiterentwickeln doch so wichtig, womit wir uns beschäftigen und wie wir das bewerten, wie wir das taxieren, wie wir die Zusammenhänge gewichten, womit wir uns befassen. Deswegen ist ja auch für Kinder so wichtig, womit Eltern sie gewissermaßen füttern, von Jugend an, ob sie sie nur vor so ein in ein tumbes Smartphone setzen und da auf diese Spielfunktion glotzen lassen oder ob sie ein gutes Futter für ihr Denken geben. Das ist bei Kleinen schon so wichtig. Man hat es ja manchmal, wenn man im Hotel frühstückt und dann sitzen am Nachbartisch Eltern, vielleicht mit einem kleinen Kind und achten sie mal drauf und die Eltern sind froh, mal Ruhe zu haben und das Kind sitzt da und macht seine Spiele. Neulich konnte meine Frau mal ganz gut mit der Mutter ins Gespräch kommen und die waren dann dankbar für den Hinweis. Eigentlich machen wir das ja auch nicht. War ein konstruktives Gespräch, aber womit füttern wir unsere Kinder? Professor Walter Smith, einer der Heroes in der Auseinandersetzung Schöpfung Evolution, hat gerne folgenden Vergleich verwendet. Er hat gesagt, wenn man eine Kaffeemühle, die für Kaffeebohnen konstruiert, es ständig mit Kieselsteinen füttert, dann geht sie kaputt. Ich kann nicht ständig durch eine Kaffeemühle Kieselsteine durchleiern, das wird Folgen haben und deswegen hat es natürlich Folgen für unser Denken, mit welchen Gedanken wir uns befassen, ob wir gute, wahre, richtige Gedanken denken und deswegen sagt Paulus den Philippern, worüber sie reflektieren sollen, was sie bewegen und bewerten und das ist eine etwas seltsame Liste hier, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wie so oft bei Paulus und doch könnte diese Liste uns auf den ersten Blick verwundern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf bedacht, fällt ihm was auf bei dieser Liste? Viele Begriffe erscheinen auf den ersten Blick fast etwas schwammig. Also wir fragen uns plötzlich, verwendet Paulus jetzt auch Marshmallow-Begriffe? Das kennt man ja von ihm wirklich überhaupt nicht. Vergleichen Sie das mal etwa mit dieser Aufzählung der sogenannten Früchte des Geistes, Galater 5, die Frucht, die der Heilige Geist wirkt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütig, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung, da können Sie jeden Begriff biblisch eindeutig definieren. Hier ist das etwas anders und viele Ausleger haben verzweifelt versucht zu erklären, woher Paulus, natürlich schreibt er unter der Führung des Heiligen Geistes diese Aufzeichnung genommen hat. Einige Begriffe tauchen schon bereits im Alten Testament auf, beziehungsweise in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, aber nicht in dieser Kombination und das sechste Wort zum Beispiel, also mit Anerkennenswert kann man das übersetzen, das steht in der Bibel sonst nirgendwo, sondern nur hier. Ganz kurz gehen wir sie nochmal durch, ganz schnell. Wahrhaftig, was meint eben ehrlich und glaubwürdig, ehrbar, könnte man übersetzen mit ernsthaft, nicht oberflächlich, ehrfurchtgebietend. Dann der Begriff gerecht, der ist hier wohl im weitesten Sinne gebraucht, nicht wie in Römer 5, also fair, den Nächsten nicht betrügen, ihn nach guten Maßstäben behandeln, dann rein, integer, im moralischen Sinne sauber, makellos, reine Absichten, reine Gedanken, reine Worte, keine dreckigen Witze, keine respektlose Verunglimpfung meines Mitmenschen und dann fünftens liebenswert, gefällig, nun könnte man fragen, woran macht man das fest, ob etwas liebenswert oder was ist der Maßstab für gefällig und schließlich sechstens anerkennenswert, man kann auch übersetzen, was einen guten Ruf hat, Schlachter und Menge übersetzen, wohllautend und dann die letzten beiden Worte nochmal wie eine Zusammenfassung, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, also was als moralisch exzellent gilt, was als ja richtig gut bewertet wird oder lobenswert, wieder die Frage, von wem gelobt, wer findet das lobenswert, wo kommt das her? Man hat gewisse Überschneidungen mit Aufzählungen in der griechisch-römischen Philosophie gefunden, zum Beispiel bei Seneca, aber auch in der jüdisch-hellenistischen Weisheitslehre, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich beschreibt Paulus mit diesen Worten das philosophische und ethische und religiöse Gedankengut, das die Christen in der Welt umgab. Höchstwahrscheinlich beschreibt Paulus hier die Luft, die sie in ihrem Alltag geatmet haben, die geistige Luft und manches davon klang ähnlich wie das, was sie aus Gottes Wort kannten. Also gerecht und rein, das sind auch ganz klassische biblische Begriffe, aber was war in den Augen der Stoiker gerecht und rein? Oder wir könnten fragen, was versteht etwa der Sozialist unter menschlich? Oder was versteht der Sozialist unter Generationengerechtigkeit, wenn er gleichzeitig für die Freigabe der Abtreibung eintritt? Und dann, das war auch nicht alles völlig falsch, was die Stoiker lehrten, weil ja auch die Heiden ihr Gewissen von Gott haben und weil auch in einem heidnischen Gewissen noch gewisse Restbestände vorhanden sind, wenn auch ideologisch überlagert. Die Frage ist, wie sollen die Philippa jetzt damit umgehen? Wie sollen die Philippa mit der geistigen Welt umgehen, in der sie jede Woche leben? Sollen sie sich einfach die Ohren zuhalten und nur in ihrer Blase existieren? Das würde nicht funktionieren. Und ihre Kinder konnten sie davor erst recht nicht abschotten. Und Paulus zeigt ihnen einen besseren Weg. Er sagt Logiziste, bewertet es, taxiert es, prüft es, evaluiert es, gewichtet es und helft euch gegenseitig in der Gemeinde. Helft euch gegenseitig in der Gemeinde, das zu verstehen und zu durchschauen. So ähnlich, wie er schon in 1. Thessalonicher 5 gesagt hatte, prüft alles und nur das Gute behaltet, prüft alles. Und dann kommt die entscheidende Frage. Paulus, woran sollen wir das denn prüfen? An welchem Maßstab soll ich das denn messen? Manches sieht sich doch zum Verwechseln ähnlich, rein bei den Stoikern und rein bei uns. Woher bekomme ich denn ein klares Messinstrument, eine klare Brille, um die Unterschiede Unterschiede zu erkennen? Und die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen im letzten Vers 9. Da sagt Paulus, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt, an mir das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Was sagt Paulus hier? Paulus sagt, macht euch keine Sorgen. Macht euch keine Sorgen, ihr seid gut ausgestattet. Ihr seid gründlich vorbereitet. Und Paulus beschreibt das mit drei Begriffen, wie wir beziehungsweise wie die Philippa in Gottes Wahrheit verankert wurden. Paulus beschreibt, wie wir die entscheidenden Informationen erhalten haben, wie wir urteilsfähig geworden sind. Er sagt, gelernt empfangen gehört. Gelernt empfangen gehört. Und das tut. Gelernt. Durch die apostolische Unterweisung, die Paulus ihnen selbst gegeben hatte und danach seine Mitarbeiter. Und wissen Sie, das Wort für Lernen ist verwandt mit dem Wort für Jünger, was Jesus verwendet hat. Paulus sagt, ihr seid Jünger geworden. Ihr seid Jünger geworden. Nicht Jünger von Paulus, sondern letztlich Jünger von Jesus. Weil ich euch mit ihm und mit seinem Wort bekannt gemacht habe. Das heißt, wenn jemand zum lebendigen christlichen Glauben kommt und sich bekehrt, dann wird er ein Jünger Jesu bis heute. Und dann ist es unsere Aufgabe als Gemeinde, diesen neuen Glaubensbruder, diese neue Glaubensschwester darin zu unterstützen, dass er näher zu Jesus findet. Dass er sein Wort besser versteht. Dass er in Verbindung mit ihm lebt. Und wodurch geschieht das zuallererst? Das geschieht zuallererst durch biblische Unterweisung. Dass wir sein Wort studieren. Dass wir in den Evangelien Jesus immer besser kennenlernen. Und in den Erklärungen der Apostel. Paulus sagt, und so habt ihr gelernt. Ihr seid Jünger Jesu geworden. Und ihr werdet dadurch in diesem Jünger sein gestärkt, dass wir gemeinsam ihm nachfolgen. Dass wir uns zum Gottesdienst treffen. Dass wir miteinander beten. Dass wir aneinander Anteil haben. Uns gegenseitig stärken. Und gemeinsam Jesus dienen und ihm folgen. Ihr habt gelernt. Und so war das auch in Philippi passiert. Ihr habt gelernt. Ihr habt gemerkt, Jesus hilft mir. Auch in meinem Denken. In meinem Studieren wird er mich wohl führen und bleiben bei mir. Wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginn und öffnen die Tür. Und dabei ist gleichzeitig dann das zweite Geschehen. Empfangen. Was ihr gelernt und empfangen habt. Wir müssen wissen, wenn Paulus das Wort Empfangen verwendet, dann meint er, ihr habt Gottes zuverlässiges Wort empfangen. Das meint er hier. Das ist ein feststehender Begriff bei Paulus. Dass wir Gottes Offenbarung empfangen haben. Gottes Wahrheit. Paulus sagt, ihr habt es empfangen. Unter anderem auch durch meine Vermittlung. Beim Abendmahl, als Paulus das einsetzt, in 1. Korinther 11, da sagt er, ich habe es empfangen von dem Herrn, was ich euch überliefert habe. Ich habe es empfangen von Gott. Oder in 1. Thessalonicher 2, Vers 13 sagt Paulus, ihr habt das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, aufgenommen. Nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wirklichkeit ist, Gottes Wort. Ihr habt es empfangen, was ihr gelernt und empfangen habt. Und das haben wir genauso erfahren. Wir haben Gottes eigenes Wort empfangen. Wir dürfen dem jetzt glauben. Wir dürfen in diesem Wort Gott selbst begegnen. Und schließlich, auf welchem Wege ist das geschehen? Ihr habt gehört, sagt Paulus. Ihr habt gehört. Und wodurch? Hatten die Philippa gehört? Einige noch von Paulus selbst, durch seine Predigten. Und andere hatten gehört durch das, was ihnen Lukas und Epaphroditus und andere Mitarbeiter sagten. Ihr habt gehört. Und hören steht hier für den Weg, auf dem Gottes Botschaft uns erreicht. Und in der Regel ist es so, dass wir Gottes Botschaft hören, dass wir Gottes Botschaft kennenlernen durch die Verkündigung seines Wortes. Predigt in jeder Form. Und deswegen sagt Paulus in Römer 10, Vers 17 auch, so kommt der Glaube aus der Predigt. Und das Wort, was da steht, heißt eigentlich wörtlich, so kommt der Glaube aus der Botschaft. Und das Wort für Botschaft bedeutet dort eigentlich wörtlich hören. Akkue. So kommt der Glaube aus dem Hören, nämlich dem Hören der Botschaft. Und manchmal hören wir diese Botschaft auch stille, nehmen wir einfach lesen. Aber wir hören. Ihr habt diesen Weg erfahren. Ihr habt es gelernt, die apostolische Verkündigung. Ihr habt empfangen Gottes Botschaft, Gottes Wahrheit und ihr habt es gehört. Und schließlich fügt Paulus ein Viertes hinzu, ein Letztes, wodurch unser Glaube, wodurch unser Urteil gestärkt wird und wodurch wir immer mehr lernen, seine Wahrheit zu erkennen. Gelernt, empfangen, gehört und schließlich, was ihr gesehen habt an mir. Paulus, lebendiges Vorbild. Einige hatten ihn noch mit eigenen Augen gesehen. Wie er mutig geblieben ist, obwohl sie ihn fertig gemacht haben, dort die Gegner in Korinth. Gesehen an mir und andere haben durch die Berichte der Mitarbeiter Paulus gewissermaßen vor ihrem inneren Auge gesehen und die Mitarbeiter haben ihn glaubwürdig bezeugt. Dieser Paulus, ja, der muss ins Gefängnis. Sie haben ihn, sie haben ihn verhaftet, sie haben versucht, ihn kalt zu stellen, aber er ist trotzdem getrost geblieben. Er schreibt trotzdem weiter Briefe an die Gemeinden. Er versucht, seine Gefängniswärter mit dem Evangelium zu erreichen. Er freut sich in Christus. Er ist von Gott gehalten geblieben. Und so konnten auch die anderen Paulus sehen durch die Berichte seiner Mitarbeiter und wir heute können Paulus noch viel besser sehen, nämlich durch die ausführlichen Berichte über sein Leben. Lesen Sie die Apostelgeschichte vor allem ab Kapitel 13, 14, dann können Sie Paulus sehen. Lesen Sie die Briefe von Paulus und auch was er dort an persönlichen Bemerkungen einfügt, dann können Sie Paulus sehen. Und nicht nur Paulus, auch andere Zeugen der Kirchengeschichte können wir lebensnah mitverfolgen, wie sie gehorsam und treu den Weg mit Jesus gegangen sind, wie sie durch den Glauben immer realistischer wurden und immer dankbarer. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Und das ist am Ende das Ergebnis. Das tut. Wir werden handlungsfähig. Wir können fröhlich voranschreiten. Wir haben nicht immer sofort die Lösung, aber wir finden mit Gottes Hilfe Schritt für Schritt dann doch den Weg, den wir gehen sollen. Das tut. Was ihr gelernt, was ihr empfangen, was ihr gehört, was ihr gesehen habt an mir, das tut. Weil wir nach und nach immer besser verstehen, was richtig ist. Weil wir in diesem Wust der Ideologien und Meinungen immer klarer erkennen, was Gott will. Und so lassen Sie uns das zum Schluss nochmal festhalten. In Vers 7 verspricht Gott uns die Bewahrung unseres Denkens und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, in der Bindung an ihn. Die Bewahrung des Denkens. Im Vers 8 da fordert Gott von uns die Betätigung des Denkens. Wir müssen die Zusammenhänge prüfen und evaluieren und wir merken, wir brauchen Halt, wir brauchen ein Geländer für unser Denken, wir brauchen einen Maßstab, wir brauchen Kriterien. Und im Vers 9 sehen wir dann als Ergebnis die Bewährung des Denkens. Und die Bewährung des Denkens zeigt sich im Tun. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Zum Abschluss ein aktuelles Beispiel aus der letzten Woche, das eine gute Bewährungsprobe für unser Denken darstellt, wenn Sie so wollen. In einer altgedienten christlichen evangelikalen Zeitschrift erleben wir einen Vorgang, der dazu angetan ist, das Denken der Christen zu verwirren und zwar in einem der wichtigen Bereiche der christlichen Ethik. Der Artikel lautet, sollten Christen erst nach der Hochzeit zusammenziehen. Und dann wird nochmal gesagt, wie das gemeint ist, Tisch und Bett miteinander teilen und dann gibt es ein Pro und ein Contra. Also sollen Christen erst nach der Hochzeit zusammenziehen, Pro und Contra. Seit der Gründung Ideas vor Jahrzehnten war die Position Ideas an dieser Stelle immer klar. Es war die Position, die die christliche Gemeinde seit 2000 Jahren vertritt. Es war die Position, die wir vorhin auch im Zitat von Luther nochmal gehört haben, dass wir die Begierde nur in der Ehe recht gebrauchen. Die körperliche Vereinigung von Mann und Frau, das ist die biblische Lehre, das ist auch die christliche Ethik seit 2000 Jahren gehört in die Ehe. Und das ist ja dann so schön in dieser modernen Formel gefasst worden, kein Sex vor der Ehe. So, diese Woche hat nun die Zeitschrift Idea damit gebrochen, indem man dem Thema ein Pro und Contra widmete. Und Pro und Contra, das heißt, einer dafür, einer dagegen, jeder kann sich seine Position aussuchen. Und die Message hinter diesem Pro und Contra lautet eben, für Christen ist beides denkbar. Und bei Contra, also Contra, Sex erst nach der Ehe, da schrieb ein Baptistenpastor aus Wetzlar zum Beispiel, die Frage nach der Sexualität vor der Ehe ist ein Problem, das wir in die Bibel eintragen und das in der Bibel gar nicht beantwortet wird, sagt der Baptistenpastor aus Wetzlar. Und jetzt braucht es die Betätigung des Denkens. Und wir fragen ja, wie war es denn bei Maria und Josef, die uns auch als vorbildlich dargestellt werden? Und die Texte sind klar. Maria und Josef, kein Sex vor der Ehe. Wie war es denn bei der Frau am Jakobsbrunnen, Johannes 4, wo Jesus ihr sagt, du, der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Und die fünf, mit denen du davor geschlafen hast, waren es auch nicht. Und das ist Sünde. Also der Baptistenpastor kann einpacken, denn Gottes Wort schafft Klarheit. Und sagt in Vers 9, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das tut. Das tut als Paare, die sich auf die Ehe vorbereiten und aus Überzeugung warten. Das tut als Eltern, die ihren Kindern reinen Wein einschenken und ihnen das liebevoll erklären. Das tut als Gemeinden, die Klartext reden und Gottes Wort und Gottes Wort treu bleiben. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Der Kampf um das Denken, liebe Leute, der wird weitergehen, bis wir am Ziel sind. Aber bis dahin dürfen wir alle täglich beten, was wir damals als junge Studenten in den Stürmen unseres Studiums erfahren haben. in meinem Studieren wird er, Christus, mich wohlführen und bleiben bei mir. Wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir in dieser verwirrenden Welt, die uns vor anspruchsvolle, komplexe Fragestellungen und Aufgaben stellt, dass wir nicht allein sind und dass du der Herr bist unseres gesamten Lebens, auch unseres Denkens, dass du den absoluten Überblick hast, dass du der Gott der Wahrheit bist und dass du unsere Zuflucht bist und dass wir mitten in allen Stürmen und Suche nach Wahrheit und klaren Positionen, dass wir uns immer wieder zu dir flüchten dürfen und dass du uns nicht im Stich lässt und dass dein Friede höher ist als alle menschliche Vernunft. Herr, und wenn wir uns verrennen, wenn wir uns verlaufen, danke, dass wir immer wieder zurückkommen dürfen, dass du uns vergeben willst und uns neu auf den Weg schicken. Ja, Herr, du musst uns führen in unserem Studieren, in unserem ganzen Leben und wir wollen dir vertrauen. Du lieber, guter Herr. Amen.